Guten Morgen! Nix klappt? Gar nix klappt? Sowas nenne ich Nadelöhr-Tag. Wenn gefühlt was viel zu groß ist, durch was viel zu kleines durch will oder in meinem Kopf durch muss. Und wenn ich schlau bin und mir da selber drauf komme, dann trete ich einen Schritt zurück und nimm es leicht. Und lenke meine Aufmerksamkeit und meine Energie wohin, wo es mir gut tut. Und da frage ich mich oft, was würde eine Königin tun? Du, und dann mache ich das. Zum Beispiel höre ich mir dann einen Podcast an. Und weißt du was? Da habe ich heute einen für dich mit der tollen Eva Nigl. Ich verlinke dir das hier unten. Wir haben eine halbe Stunde geratscht, rund ums Thema Frau sein. War das gut. Bis nächste Woche. Ciao.